Im Jahr 2000 habe ich einen guten Freund in Neuseeland auf der Nordinsel besucht. Mein Flug ging von Düsseldorf nach Frankfurt über Singapur bis nach Oakland. Das sind ca. 18.300 Kilometer. Und damit wäre dann jetzt auch die Frage geklärt, warum sich der Kiwivogel in meinem Logo befindet. Denn ich bin ein absoluter Neuseeland-Fan. An dieser Stelle kann dann auch das Geheimnis der Landesflagge aufgedeckt werden. Die neuseeländische Flagge und die australische Flagge sehen sich sehr ähnlich. Aber sie sind nicht identisch. 2016 gab es eine Abstimmung. Die Neuseeländer konnten zwischen verschiedenen Flaggen eine neue auswählen. Am Ende siegte die neue alte Landesflagge und es blieb alles so, wie es war. Das war das zweite Mal, dass eine Bevölkerung eines Landes über ihre Flagge abstimmen konnte. 1965 hatten sich die Kanadier ihre Flagge ausgesucht. Die vier Sterne auf der rechten Seite der Flagge stehen für das Kreuz des Südens, dem Sternbild des Südhimmels. Der Union Jack symbolisiert die Verbundenheit zum Vereinigten Königreich und die Mitgliedschaft Neuseelands im Commonwealth of Nations. Vor 20 Jahren habe ich fotografiert und weniger gefilmt. Deshalb besteht dieses Video aus einer Diashow. Ich nehme euch mit auf die für mich schönste Insel. Neuseeland wird wegen der dünnen Besiedlung, der Naturvielfalt und der einzigartigen Vegetation als die grüne Insel bezeichnet. Genießt mit mir zusammen die schönen Erinnerungen meiner Reise. Oakland ist mit mehr als 1,4 Millionen Einwohnern die größte Stadt Neuseelands. Hier lebt ein Drittel der neuseeländischen Bevölkerung. In einer Rangliste der Städte mit der höchsten Lebensqualität weltweit belegte Oakland im Jahre 2018 den dritten Platz. Der Pacific Coast Highway liegt abseits der üblichen Touristenstrecken und führt entlang an den schönsten und abgelegensten Küstenregionen der Nordinsel. Es dampft, blubbert und der grüne Insel ist die größte Stadt Neuseelands. Der Bruch von Schwefel liegt in der Luft. Rote Ruhr liegt in einem der aktivsten geothermischen Gebiete der Welt, direkt im vulkanischen Plateau der Nordinsel von Neuseeland. Hier gibt es Geysire, heiße Quellen und Schlammpools. voz staruz aus dem Wasser treffe. Musik Kamera Hier in Wai habe ich einen Monat bei meinen Freunden verbracht. Wai liegt in der Region Bay of Plenty, die maßgeblich durch den Goldbergbau geprägt wurde. Die gesamte Region war einmal eines der bedeutendsten Goldbergbaugebiete der Erde. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 und im Auftrag des ZDF für funk. May be auseinanderjausend und bei seinen Dramatoren Der Berichter hat auch einen neuen Hépschen. Wenn er jemanden mit einem Mannschaften genannt hat, hat er vorgelegt, ihr Gericht aufgetrennt den Goldbergbein zu der Eind품 Realisten. In Norseeland sind die Strände meist leer. Die Strände sind nicht bebaut und es gibt am Strand keine Gastronomie. Von daher empfiehlt sich ein Picknickkorb für den kleinen Hunger. Die Stadt Taupo befindet sich rund 63 Kilometer süd-südwestlich von Rote Rohr. Ein beliebtes Ausflugsziel ist auch der Legtaupo, an dem Segeln, Wasserski, Fallschirmspringen und Fischen möglich sind. Die Hooker Falls liegen etwa vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017